Welche TU-Bibliotheken gibt es eigentlich und was ist der Unterschied zwischen ihnen? Diese und weitere Fragen werde ich Ihnen heute beantworten. Hier haben Sie einen Überblick über die Bibliotheken der TU Berlin. Alle sind unterschiedlich groß und haben fachlich unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt auch noch kleinere Institutsbibliotheken, auf die gehen wir hier aber nicht weiter ein. Bibliotheken dienen als Lern- und Arbeitsort für Studierende aller Studiengänge. Dementsprechend sind die Bibliotheken auch für alle Interessierten offen, ob mit oder ohne Bibliotheks- oder Studierendenausweis. Alle Arbeitsplätze stehen wieder zur Verfügung und derzeit gibt es keine Abstandsregeln wie Check-in oder FFP2-Maskenpflicht. Prüfen Sie trotzdem vor einem Besuch, ob sich diese Regeln geändert haben können in den derzeitigen Zeiten. Außerdem sollten Sie auch beachten, jede dieser Bibliotheken hat unterschiedliche Öffnungszeiten. Also sollten Sie vor einem Besuch diese noch einmal überprüfen. Hier sehen Sie die Bibliotheken dargestellt auf dem Plan des Campus Charlottenburgs. Wie Sie sehen, sind alle Bibliotheken sehr nah beieinander und fußläufig gut erreichbar. Zur Orientierung auf der rechten Seite haben Sie den Bahnhof Zoologischer Garten und links unten den Ernst-Reunter-Platz. Jetzt schauen wir uns die Bibliotheken im Fokus an. Wir beginnen mit der Zentralbibliothek. Diese befindet sich in der Fasanenstraße 88. Das Besondere an dem Gebäude ist, dass wir uns den Standort auch noch mit der Bibliothek der Universität der Künste teilen, die sich im vierten Stock befindet. Soll heißen, Sie als TU-Studierende können diese Bibliothek und all Ihre Medien auch automatisch gleich mitbenutzen. An dem Standort gibt es etwa 2,5 Millionen Medien. Diese befinden sich natürlich nicht alle frei auf den oberen Etagen, sondern zu großen Teilen werden sie im Magazin im Untergeschoss verstaut. Es gibt 1220 Arbeitsplätze verschiedenart, damit alle Lerntypen etwas Passendes finden. Möchten Sie zum Beispiel völlig ruhig arbeiten, in Gesellschaft arbeiten oder sogar Gruppenarbeit, damit Sie sich miteinander unterhalten können? Für jeden gibt es etwas Passendes. Taschen, Jacken und Getränke in geschlossenen Behältern sind in der Bibliothek erlaubt. Außerdem stehen Schließfächer zur Verfügung im Foyer, für diese müssen Sie ein Vorhängeschloss mitbringen. Wenn Sie zwischendurch eine Pause brauchen, können Sie dafür eine Pausenscheibe benutzen, um sich für bis zu 60 Minuten Ihren Arbeitsplatz zu reservieren. Die Live-Fest für die Medien beträgt 28 Tage und Sie können Ihre ausgeliehenen Medien bis zu 180 Tage verlängern, solange niemand anderes sie benötigt. Bei bestimmten Fächern, wie Architektur, Physik oder Mathematik, besitzen wir in der Zentralbibliothek nur die Grundlagenwerte und mehr finden Sie in der entsprechenden Bereichs- und Fachbibliothek. Wir haben von der Zentralbibliothek auch einen Hausrundgang auf YouTube veröffentlicht. Schauen Sie sich den gerne an, um die Bibliothek von innen kennenzulernen. In der Zentralbibliothek befindet sich auch die Deutsche Gartenbau-Bibliothek. Diese ist die größte Spezialbibliothek für Gartenliteratur in Deutschland. Dort finden Sie sowohl historisch wertvolle Quellen als auch aktuelle Literatur zum Gartenbau. Weitere Themen, die behandelt werden, sind Agrarwesen, Ernährung, Gemüsebau, Zierpflanzenbau bis hin zur Tierzüchtung und Tierhaltung. Das älteste Buch im ZB-Bestand zum Beispiel ist von 1536 und gehört auch zur Gartenbaubibliothek. Als nächstes schauen wir die Bereichsbibliothek Architektur und Kunstwissenschaft an. Diese befindet sich am Ernst-Reuter-Platz. Sie befindet sich an der Straße des 17. Junis 152 im ersten Obergeschoss. Es gibt dort 138.000 Medien und 240 laufend gehaltete Zeitschriften. Außerdem können Sie 116 Arbeitsplätze nutzen. Hier haben Sie einen Übersichtsplan über den ersten Stock und den zweiten Stock der Architekturbereichsbibliothek. Sie sehen, die Bibliothek hat eine eigene Systematik, nach der Ihr Bestand aufgebaut ist. Die Leihfrist für die Bestände der Architekturbibliothek beträgt 14 Tage, außer bei den Büchern, die zur Lehrbuchsammlung gehören. Diese können Sie für 28 Tage ausleihen. Und hier haben Sie einen Überblick über die verschiedenen Fachgebiete, die in der Bereichsbibliothek Architektur abgedeckt sind. Als nächstes wenden wir uns der Bereichsbibliothek Physik zu. Diese befinden sich in der Hardenbergstraße 36 im zweiten Stock. Es gibt dort bis zu 47.000 Medien und 93 Arbeitsplätze. Auch die Bereichsbibliothek Physik hat eine eigene Systematik. Diese sehen Sie hier auf dem Übersichtsplan abgebildet. In dieser Bibliothek gibt es einen großen Bestand von E-Books. Soll heißen, es lohnt sich auf jeden Fall immer auch online zu recherchieren und nicht nur am Regal zu schauen. Um die Bestände der Physik gut recherchieren zu können, gibt es auf der Webseite der Bereichsbibliothek Physik ein Hilfsmittel. Hier befinden wir uns auf der Startseite der Universitätsbibliothek der TU. Auf Über uns finden Sie die Links zu den Webseiten der anderen Bibliotheken, unter anderem die der Bereichsbibliothek Physik. Wenn wir hier ganz nach unten scrollen, kommen wir unter weiteren Informationen zur Sachgebietsübersicht der Physik. Hier können Sie zur Recherche sich Ihr gesuchtes Fachgebiet auswählen, zum Beispiel die allgemeine Literatur, und dann die korrekte Signatur zu Ihrem gesuchten Medien auswählen. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht Lehrbücher zum Thema Physik anschauen. Wenn Sie jetzt den Link auswählen, werden Sie weitergeleitet zu unserem Wissensporta Primo. Dort werden Ihnen alle Titel angezeigt, die dieser Sachgruppe angehören, und zwar nicht nur die physischen Bücher, sondern auch alle Online-Ressourcen. Dies ist also ein hilfreiches Mittel für die Recherche. Die nächste Bibliothek, mit der wir uns beschäftigen, ist die Bibliothek Wirtschaft und Management im Hauptgebäude im fünften Obergeschoss. Dort gibt es bis zu 300.000 Medien und 190 Arbeitsplätze. Auf dem Lageplan sehen Sie, welches Themengebiet wo zu finden ist. Auch spezifische Räume für Gruppenarbeit gibt es. Die Bibliothek Wirtschaft und Management bietet ein reiches Angebot an E-Tutorials rund um Bibliothek und Recherche. Diese finden Sie auf der YouTube-Seite der DBWM. Auch die Mathematik hat eine eigene Fachbibliothek. Diese befindet sich in der Straße des 17. Junis 136 im ersten Stock. Es gibt bis zu 70.000 Medien und 150 Arbeitsplätze. Auf dem Übersichtsplan sehen Sie, die Servicetheke ist direkt am Eingang und ist zugleich Information, Ausleihe und Herzstück der Bibliothek. Hier werden die Besucher begrüßt und sie kriegen Schlüssel für Schließfächer. Es gibt in der Bibliothek zwei Lesesäle, links und rechts liegend. Überwiegend gibt es Einzelarbeitsplätze, Stillarbeitsplätze und ein paar Sonderarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Arbeitstischen. Außerdem gibt es vier Miniräume für die Gruppenarbeit. Im Bereich Mathematik gibt es eine umfangreiche Lehrbuchsammlung. Systematisch sind die Bücher nach der Mathematics Subject Classification geordnet. Diese finden Sie auch auf der Webseite. Das Zentrum für Antisemitismusforschung hat auch eine eigene Bibliothek am Ernst-Reuter-Platz. Im Telefunkenhaus in der neunten Etage finden Sie diese. Es gibt 340.000 Mädchen und 15 Arbeitsplätze. Das Besondere an dieser Bibliothek ist, dass es sich um eine reine Präsenzbibliothek handelt. Soll heißen, Sie können die Bestände nur vor Ort nutzen und es gibt größtenteils Printmedien und recht wenige Online-Ressourcen. Es ist eine wissenschaftliche Spezialbibliothek zum Thema Antisemitismus in all seinen Ausprägungen. Auch die Zentrum für Antisemitismusforschung Bibliothek hat einen Rundgang, den Sie sich auf YouTube gerne anschauen können. Last but not least, die zentrale Einrichtung moderner Sprachen. Diese befindet sich in der Hardenbeckstraße 16 bis 18. Im vierten Stock finden Sie die Bibliothek und im dritten Stock die Mediothek. Dabei beachten Sie bitte, dass die Bibliothek begrenzte Öffnungszeiten hat. Die Bibliothek besitzt bis zu 17.000 Medien und 30 Arbeitsplätze. Wenn Sie Interesse daran haben, eine Sprache zu üben, finden Sie hier viele nützliche Lesematerialien, aber auch physische Hilfsmittel wie zum Beispiel Videos, Hörbücher oder Spiele in anderen Sprachen. Bitte zögern Sie nie, uns bei Fragen oder Problemen anzusprechen in der Bibliothek oder durch unsere Online-Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viel Erfolg im Studium!